Wir sind eine Familie, zwei Frauen, sieben Kinder, ausgewandert nach Portugal, leben da ganz idyllisch, mitten im Wald als Selbstversorgerfamilie. Und ich freue mich, dass du zugeschaltet hast. Abonniere gerne unseren Kanal, wenn dich dieses Thema interessiert. Auch Freilern, freie Bildung ist dabei. Herzlich willkommen! Ja, der dritte Tipp ist was, was mir persönlich sehr geholfen hat. Und zwar versuch mal einen Monat lang nichts zu kaufen. Wenn dir das zu hart vorkommt, dann versuch, wenn du so ein Shopping-Freak bist, könntest du schon bei einem Tag hilfreich sein. Aber vielleicht auch eine Woche. Also dass du sagst, eine Woche lang kaufst du nichts außer was du wirklich brauchst, nämlich Lebensmittel und Lebensmittel. Also keine Klamotten kaufen, keine Accessoires, kein Schmuck, kein Sprit musst du vielleicht auch kaufen oder ein Ticket für den Zug oder so. So was schon. Also was du wirklich brauchst. Das Upscannen in dir, brauche ich das wirklich. Und wenn du es nicht brauchst, nicht kaufen. Und mein Anreiz an dich wäre, mach das mal einen Monat lang. Also einen Monat lang nicht kaufen. Und dann schau, wie viel Geld du übrig hast. Und wenn du dann einen Ticken weitergehen willst, wenn du den Monat geschafft hast, dann würde ich es so machen, dass wenn du irgendwo shoppen gehst und du siehst was und sei es nur online, du siehst irgendwo, ah, die Schuhe, ja, dann guck dir die Schuhe an, mach das Fenster zu, geh aus dem Laden raus und überleg eine Woche lang, brauche ich das wirklich? Und wenn du jeden Tag in der Woche denkst, ja, scheiße, ich brauche das wirklich, dann kauf es. Wenn du aber einen Tag, zwei Tage, vier Tage, keine Ahnung, nicht dran denkst oder denkst, ich brauche es nicht, dann kauf es nicht. Also ich war ein Shopping-Freak. Also ich habe ganz viel eingekauft. Ich war so leer innerlich, dass ich das kompensiert habe, indem ich gekauft habe. Und dann habe ich mich gut gefühlt. Und so habe ich ganz viele Sachen angehäuft. Und mittlerweile ist es so, dass ich in dieses Shopping-Center reingehen kann und ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal was dort gekauft habe, weil ich genau diese Taktik angewendet habe. Einen Monat lang habe ich nichts gekauft, nichts konsumiert. Und danach bin ich dann tatsache immerhin und habe mir die Sachen angeguckt, die ich kaufen wollte, habe sie nicht gekauft sofort, sondern habe mir nochmal Gedanken darüber gemacht, am besten in einem Rahmen, wo ich eben nicht in dem Laden bin und habe gesagt, okay, brauche ich das wirklich, brauche ich es wirklich, wirklich, wirklich. Und erst dann, wenn ich wirklich gemerkt habe, nee, ich brauche das, habe ich es geholt. Und wenn du da tiefer rein willst, liest das Buch, eine Familie zieht in die Wildnis. Wir haben mit den Kindern in der Wildnis gelebt und hatten zum Schluss weniger als 25 Dinge. Also wir waren wirklich absolute Minimalisten. Und von diesen 25 Dingen waren teilweise Sachen, die wir angezogen hatten. Und haben gemerkt, wie wenig man wirklich braucht. Also dieses Wort, was brauchst du, das ist so dehnbar wie, weißt du, wie der tollste Kaugummi. Weil eigentlich ist das, was wir wirklich brauchen, so gering, dass zu 90 Prozent von all den Dingen, die es in den Läden gibt, wir nicht brauchen. Und wenn du dir das bewusst machst und du wirklich auf diesen Weg gehen willst zum Minimalisten, dann ist das wichtig, dass du dir das bewusst wirst. Und dann kannst du Schritte gehen, um eben rauszukommen aus diesem Strudel, dass du kaufen willst, kaufen musst, indem du den unterbrichst und sagst, ich mache jetzt einen Monat lang nichts. Und danach mache ich diese Taktik, dass selbst wenn ich etwas kaufen will, mir immer wieder abscanne, brauche ich das wirklich. Probier es aus. Und im nächsten Video zeige ich dir, wo ich überhaupt kein Minimalist bin. Wo ich echt absolut struggle, aber da bin ich echt ein Messie. Aber das im nächsten Video. So.